Musik Sie kennen sich seit Ewigkeiten, sie lieben es gemeinsam Musik zu machen und sie hatten den Mut ihren Kindertraum wahr werden zu lassen. Die Rede ist von Tempo. Ihr müsst mir erstmal erklären, wie ihr zu dem Namen gekommen seid, also das Wortspiel mit dem großen E da drin. Also eigentlich sind wir dazu gekommen, wir brauchten einen Namen und ich habe während der Zeit saß immer viel rum in so einem alten Citroen und eines Morgens hatte ich mit Jan telefoniert, ey wir müssen jetzt endlich den Namen finden und dann guckte ich so auf diese Temperaturanzeige und da stand Tempo. Ich dachte, das sieht geil aus, super. Die Temperatur des Wassers halt. Das kam dann später, dass wir dachten vielleicht, also erstmal war das Optische sehr interessant und dann dachten wir, aber es passt zu uns, weil Temperatur des Wassers verändert sich. Wir haben uns verändert in den letzten Jahren und wollen auch immer in Bewegung bleiben. Und für Tempo ist die Zeit gekommen, auch einmal jemand anderen als Marek Karloff ans Mikrofon zu lassen. Jan Plevka, ehemaliger Sänger von Selig, übernimmt diesen Part gerne. Auf dem ersten Album hatte ich die große Chance, mich um das Gitarrenspiel zu kümmern und ich verstehe Gitarristen jetzt auch ein bisschen besser. Und jetzt auf dem zweiten Album, wir singen in Lennon-McCartney-Manier, weil wir früher auch immer zusammen gesungen haben und das ist schon ein spirituelles Erlebnis, wenn man gemeinsam singt. Also da kann man dieses hochgestochene Wort von Symbiose gebrauchen? Ja, wir sind eigentlich, ja, ähm... Passt mit allen dreien sehr gut. Drei Seelen in einem Körper. Wir reden auch nicht viel, wenn wir Songs machen, sondern das passiert immer so alles. Das ist das Tolle da dran. Und sie ist ein Kind national, eine Jugendarbeit. Sie widmet sich den Kindern, über die sich sonst keiner freut. Macht ihr gerade eine Tour oder plant ihr eine Tour, dass auch unsere Zuhörer und Zuschauer sich schon mal die Karten sichern können? Wir sind seit zwei Jahren eigentlich fast unterwegs und wir werden irgendwie auch weiterhin unterwegs sein. Also bestimmt auch demnächst in eurer Stadt. Hallo, wir sind Tempo auf Würfelzucker und ihr seht jetzt unser neues Video. Viel Spaß damit!